Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Special-Video zur Retro-Börse. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht mit Musik unterlegt und jetzt wollte sicherlich sehen, was ich da auch dementsprechend mir selber abgeräumt habe. Ein Kollege hat sich ein komplettes Sega-Master-System gemacht, der wird also dementsprechend da auch noch was machen. Und wenn er das Video hat, dann werde ich das auch gegenseitig verlinken, das kriegen wir schon hin. So, fangen wir mal einfach mit den Nintendo-Konsolen. Das ist der NES, der Super-NES. Und, den müsst ihr haben, den Virtual Boy. Denn wer den Nintendo 3DS kennt, der muss doch sicher das Jahr das Original haben. Das ist jetzt hier nur, kannst du mal ein bisschen umdrehen, so die Brille, den Ständer habe ich dann auch. Das kann ich auch mal irgendwann in Aktion zeigen, aber im Augenblick war die Sammlung nur Mario Tennis. Und dann kam dieses nette Ding dazu, Mario Clash, auch noch ein Mario-Titel für den genialen Virtual Boy. Okay, bleiben wir mal in der Reihe, was ich tatsächlich selber noch nicht für meine Sammlung hatte. Bitte nicht lachen, war super Mario World. Das gab es dann sogar mit Manual für wirklich kleines Geld. Dann kann man da auch nicht Nein sagen. Für den NES zwei Klassiker, die man auch haben sollte. Russian Attack oder besser bekannt als Green Barret bei uns. Und das sehr gut übersetzte Marble Madness für den NES kann ich nur empfehlen. Ist wirklich nett umsetzt. Ist wirklich sehr gut gemacht. So, um die anderen Konsolen zu machen, fangen wir mit dem Mega Drive an. Ich als nicht so unbedingt Sega-Kind habe da ja so meine Bedenken. Bin ja da sehr an Nintendo verwöhnt. Und habe dann gefunden für, auch sehr kleines Geld, Rista. Ein nettes Jump'n'Run, wo man weniger springen und laufen kann, sondern der hat so eine Art Haken und kann sich dann festhalten. Ist wirklich nett und ist auch wirklich sehr gut umgesetzt. Die Mega Games 2, die kennen vielleicht Leute. Das sind irgendwann mal Module rausgebracht, die glaube ich Sega rausgebracht hat für Konsolen, die sie dann direkt verkauft haben. Revenge of Shinobi, Streets of Rage. Gut, der erste ist nicht ganz so klasse wie der zweite. Der zweite ist ja nun wirklich eine Legende. Aber Golden Eggs, liebe Freunde. Golden Eggs. Ja, den muss man haben. Für den Panasonic 3DO, das ist der. Sag mal Hallo. In Deutsch. Die. Ein legendärer Horrortitel. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich echt merkwürdig. Muss man sagen, da geht's wer mit Töne und sowas. Warte mal, der spiegelt so unglaublich. Das finde ich nicht gut. Bleibst du da? Bleib da. Gut, kommen wir zum Atari. Bleibt das die auch legen. Mega Mania. Ist übrigens der Atari 2600 Junior, falls das jemand interessiert. Wenn einer seine richtige, seine Death Vader Konsole, seine Darth Vader Konsole und seine andere Konsole abgeben will, ich nehme das. Super Breakout. Bobby geht heim. Muss man kennen. Ist ganz nett. Zirkus Atari oder für das Videopack auch bekannt als Akrobaten, glaube ich, in der tollen deutschen Übersetzung. Dann einer meiner Lieblingstitel, Dragonfire. Den hatte ich tatsächlich noch nicht in meiner Sammlung. Jetzt habe ich ihn auch. Den muss man eigentlich haben. Und natürlich ein absoluter klassiker Dick Duck. Das muss man kennen. Das ist die Atari-Umsetzung. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste, aber wir haben schon Schlechteres gesehen. So, was ich dann auch noch als kleines Gimmick bekam zum Mitnehmen ist ein Boxed Jungle Hunt. Und nicht nur, dass das Spiel gut ist, sondern Sie seht, komplett noch einverschweißt. Sogar hier noch mit, können wir mal diese Etikette machen. Das waren die alten Seiten von Atari. Das war schon ganz nett, denn das erhielt ich, als ich mir diese Konsole zugelegt habe. Den Atari 7800, den hatte ich auch noch nicht. Ich hoffe, ihr könnt euch das Modul so einfangen. Das heißt, den kann ich jetzt auch in meine Sammlung packen. Könnt ihr mal aus die Anschlüsse ansehen. Habt ihr die auch mal gesehen. So, genau. Und das ganze Modul haben wir dann auch noch dementsprechend in Verpackung, wie sie das gehört. Originalkontroller gab es jetzt nicht, aber wir haben die Controller auch noch dabei gekriegt. Das war also alles schon für einen sehr guten Kurs. Deswegen kann ich die Börse eigentlich auch sehr gut empfehlen. Wir werden noch mal gucken. Die wird nächstes Jahr noch mal im Herbst in Bochum sein. Und jetzt dementsprechend das nächste Mal in Wuppertal. Das werden wir uns dann wahrscheinlich, äh in Oberhausen. Das werden wir uns dann auch mal antun. Und dann wollen wir mal gucken. So, dann gab es noch ein Honeymax HMG mit Modul Alien Invaders. Jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich eine Konsole, die die meisten von euch wahrscheinlich nicht kennen. Aber auch sowas, was man in der Sammlung haben kann. So, ich mache jetzt noch einmal mehr so einen ganz professionellen Schwenk. Klaus Kleber lässt grüßen. Ja, meine Damen und Herren. Und hier sehen Sie an meiner hochtechnischen Wand des Heute-Studios, wie man mit einer weichen Hand schwenken kann. Ja, damit möchte ich es bewenden. Das ist das, was ich mir sozusagen selber da gegönnt habe. Ich kann die Messer nur empfehlen. Ist für jeden was dabei. Diesmal waren jetzt auch neue PC-Klassiker dabei. Oder was habe ich gesehen? Es gab jetzt auch zum ersten Mal Sachen für die Xbox. Also auch das läuft jetzt schon als Retro. Guckt es euch mal an. Es gab auch schon die ersten Stände. Das musste ich ein bisschen lachen, die neue Titel verkauft haben. Ich glaube, im Zeitalter von diversen Online-Versandhäusern braucht man, glaube ich, nicht unbedingt eine Messe oder einen Fluhmarkt dafür. Ich glaube, selbst jede Kleinstadt kann im Internet bestellen. Gut. Aber da, wo wir uns bewenden, habt ihr alles gesehen. Das ist der legendäre Virtual Boy. Auf den seid ihr doch am meisten schafft. Das weiß ich doch. Mit dem möchte ich den Schwenk aufhören. Gehe nochmal auf meinen Honey Mix. Und möchte euch dann einfach in eine schöne neue Woche schicken. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein bisschen was aus der Sammlung. Mal gucken, was man nach so findet. Da gibt es mit Sicherheit noch Möglichkeiten. Wir sehen uns. Ciao, ciao.